Kohle, Kohle ist incoming. Incoming, ey. So, eine Nachricht. Sprössling, du bist jetzt ein fortgeschrittener Farmer. Gut gemacht, Sprössling. Mein letzter Geschenk für dich ist ein Plan für einen Alterungsfass. Platziere Gegenstände im Alterungsfass und produziere alte hergestellte Produkte. Wir haben den nächsten Profit ab, in dem Sinn. Okay. Cool. Alterungsfass. Einfach mal hier so. Wenn grünen Tee Kumbler herzustellen. Ah, okay. Ah, gut. Oh, Sonnenblume. Die Sonnenblume. Die Sonnenblume. Wir haben eine Mühle. Eine Mühle. So, Heu. Mal gucken, nehmt. Ich das Heu ins Silo schmeiß. Achso. Jetzt will ich mal gucken, ob da... Ja, muss ich ja jetzt. Ich muss ja eh rein jetzt. Aha. Okay. Das heißt, er zieht sich die dann wirklich... Jo. Da raus. So. Äh, so. Lassen wir mal gucken hier nochmal. Ah, wir haben jetzt... Jetzt haben wir natürlich keinen Wohin. Der ist ja dumm. Der ist ja dumm. Der ist ja dumm. Der ist ja dumm. Dann geht es nicht. Da können wir auch relativ länger da mal ansammeln, denn da brauche ich ja jedes Mal da rein. Dann kann der Sommer ein paar Tage laufen. Problem, aber Sommer haben wir jetzt noch, das ist eh nicht das Problem. Im Winter wird sie eben halt mit den Füttern so ein bisschen mehr das Problem werden. Sag ich jetzt mal, ohne es zu wissen. So, jetzt kann ich hier auch wieder, weiß ich nicht, mehr Hühner oder Innen, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ähm, Milch? Ähm, Ei, Ei, Ei. Ähm, Ei, Ei. Ähm. Ähm, 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 ähm. Öh, öh. Okay. Ach, wir haben ja nur die ganzen Früchte hier. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal, ach, warum hab ich denn nicht? voll ach die Truhe ist auch voll Weizen ging da rein Weizen war für die Mühle äh wo ist die Mühle doch sie ist nicht in meiner Mühle da ist meine Mühle geht das nicht rein? doch da ah ja genau da konnten wir mit Mehl machen wir brauchen viel mehr Felder lass mal gucken was war achso äh lass mal gucken was war was war was war dafür auch Harz ich weiß es gar nicht mehr Gold Gold Stein Fasern Harz Hartholz wir gehen aber erst nochmal gucken äh was wir noch Hartholz sammeln können nicht das äh nicht das äh oder da war Hartholz also was nachher Hartholz wird so keine Ahnung warum sind die Tagesthege so Flügel hat er ist weg ach man das Schmuckkörbchen okay du bist aber auch ein Schmuckkörbchen da was was ja wir hätten eigentlich äh das andere Zeug mal alles mitnehmen können Werkzeuge aufwerten die auf jeden Fall auf Gold auf jeden Fall ja die könnten wir auch ne wir machen die wir werten die auf zack dann haben wir das auch mal erledigt dann ist das auch mal nicht so ab zurück zu fahren äh holz das 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 hab ich noch was also hab ich noch was Kaffee haben wir noch keinen Preis für so ok was was haben wir denn jetzt ach wir haben noch Punkte wir haben noch landwirtschaftliches Können trinken nicht vergessen achso wieder anpflanzen Feldbruchpreis erhöhen das schau mal dass Feldbrüche schneller wachsen das ist auch gut ja Preise werden auch besser aber schneller wachsen ist immer noch das ein und alles tauchbier würde ich auch gerne geschlossen und 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 dann haben wir ihn offen montags bis sonntags ach dienstags geschlossen ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das ist mir ja echt komisch. So. Lass mal gucken. Ah ja, da ist noch ein Ding, das wir freischalten müssen. Jetzt nicht mehr. Ist jetzt nicht mehr da. So, ich habe kein Fondnetz. Oh nein, irgendwo wieder blockiert. Ja, natürlich. Wie auch immer. Irgendwo blockiert er doch immer. Irgendwo ist immer was blockiert. Hab dich. Oh, da ist was blockiert. Warum sagst du denn nix hier? Äh, also hier, Rubi. Manchmal sagt der einfach nix. Das ist manchmal so richtiger Fieslegen. Oh, da ist das, was ich. Da sind aber noch welche. Da sind noch zwei. Warte mal. Da sind noch irgendwo zwei. Ich meine ja ich komme noch runter. Da ne? Ja in die Riffen. Die müssen aber irgendwo die beiden Teile sein. Kann ja nicht wahr sein. Ja. Ja. Moment, so, jetzt mal mit essen. Yes. Ah, da guck mal, da sind wir. Oh ja, klar. Da war ja klar, da war ja klar, das ist immer mal die Sachen, die ich da nicht mehr so freigewohnt habe. Oh. 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 Ah ja. So, warte maaa. Oh, es muss auch irgendwas essen. Ah ja, hier Tomatenkontsitüre geschickt hat. Man kann auch mal Tomatenkontsitüre essen. Tomatenkontitüren Klingt ja auch lecker Okay die hat man wohl schon Mann das kann ich mir gerade nicht erklären Mann wo ist denn der letzte Gott sei Dank Da ist der letzte Gott sei Dank Oh klar Weißt du ich mach hier extra den Weg frei und der will da durch Nein Entschuldigung auch hier Doch das kommt doch nicht Das ist doch echt Was ist denn ein Fake hier Ja ich weiß Schlafenszeit Jetzt da oder was Alter willst du mich veralbern Ich weiß nicht ob ich damit die alle fertig gekriegt habe Farben Oh oh Ich war ne böses Wie dass ich jetzt tot umkippe oder nicht mehr pennen kann gleich Und damit meine Energy Nicht mehr habe Gott sei Dank Bis morgen Bis zum nächsten Mal 2010 Jahren Bis zum nächsten Mal von